In einer freien Gesellschaft ist die Demokratie das höchste Gut, aus der sich Wertekodex, Gesetze und alle anderen Regeln und Rechte der Gemeinschaft ableiten. Die Demokratie will ständig gepflegt und gehegt werden. Meinungsfreiheit und Mitgestaltung sind wichtige Merkmale einer intakten Demokratie. Die Qualität einer Demokratie zeigt sich besonders in schwierigen Zeiten. Jede und jeder ist verantwortlich, sorgsam, umsichtig und gezielt mit der Demokratie umzugehen. Ihre Stimme gibt den Weg in unsere Zukunft vor. Hingehen, entscheiden. Am 15. Oktober Ihre Wahl.